oder vielleicht mal zwischendurch so ein bisschen fliegen wie der was war das gerade, oder ist die animation neu das war jetzt die falsche seite ach ja gut, pfff, tschuldigung, oh fuck ich hör mal weg ach es ist die krankenschwester, scheiße und ich bin auch noch der idiote gerade hier voll verhauen hat, oh sorry Leute ich trau mich schon gar nicht mehr dahin zu gehen, ich geh mal lieber woanders hin na gut, er hat den vorteil, dass dann zwei gens schon mal angefangen sind äh, wenn ich denn einen finde, heißt das hä, wieso? hallo, ich möchte gerne einen gen haben darf ich dich hier an die b getitten? oh, ist es irgendwo hier? wieso portet die nicht? die portet nicht hä, jetzt gehen sie weg hä? warum portet die nicht? keine Ahnung ich weiß nicht, ich bin etwas nervös, weil ich die ganze Zeit ausschlag habe und dann ist er wieder weg und dann ist er wieder da ja, ich bin die ganze Zeit mit der im Chase aber die portet es nicht, die hätte porten können, aber ich würde aber nicht ausprobieren, ob sie farmen möchte ich glaube, ich muss eine Bindung aufbauen ne, ich glaube, das ist nicht so ein gutes Zeichen, glaubt mir, wenn ich das schon in Morin habe, dann oh, das ist zwar knapp, ne, ist auch gerade hinter jemand anderem ach, jetzt weiß ich, warum ich euch nicht sehen kann, ich habe bei der ja noch gar keine Bindung, stimmt ja ah, da hinten ist jemand oh, und die Krankenschwester auch, das ist nicht gut ich helfe dir toll, du bringst die Krankenschwester mit, ich helfe dir nein, das hat der andere in dem Chase und ihr außerdem das ist doch nicht schlimm, die ist lieb ja, ja, die ist lieb ja ja ich meine, die sieht jetzt nicht so aus, ob sie jetzt große Anstalten macht, aber ich habe es auch noch nicht teleportieren, also noch nicht einmal, ne heilen, ich heile dich ne, die teleportiert nicht, also entweder hat sie es nicht aber der, warum die das nicht macht, weiß ich nicht vielleicht hat die irgendwie einen anderen Auftrag ne, eigentlich also, so eine Daily gibt es nicht ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Quests ist, aber ich denke mal nicht es wäre ja Schwachsinn, wenn er irgendwo stehen würde, ohne deine Kraft zu benutzen oder so oh, da hinten kommt sie wir gehen nach da oh, okay, ich hole ihn ja? ja die wäre es ihm liegen, oder? die hat auch noch nichts kaputt gemacht, komischerweise ja, dann hau ab ich wollte dich schützen wenn du nicht willst ja, das verstehen viele irgendwie nicht ich renne auch immer extra hinter dem Herd, zum Beispiel wenn ich weiß, dass die schon mal gehangen haben oder so und ich noch nicht, ne dann mache ich lieber so nach dem Motto, mein Leben für seins ich denke noch ein Hit, ne und dann ist sich jeder selbst der Nächste so ungefähr aber die kriegen das irgendwie nicht auf die Reihe, ich weiß auch nicht die rennen dann und gucken die ganze Zeit zu mir also, ob ich die verfolge ich meine, ich verfolge die auch, aber ich will die ja nicht umbringen äh, kannst schon mal vorsichtig Richtung Tür gehen? ach so sie will kann natürlich auch sein, dass wir so ein 18er Krankenschwester dabei haben oh scheiße du jengst, ey, mich jengst auf nein nein, und ich habe die Schlüssel noch nicht verbraucht scheiße das ist nicht dein Ernst du brauchst schon mal 8 Sekunden da drauf drücken ja, aber die habe ich nicht gemacht, so eine Kacke oh, das kannst du sogar beim Laufen na, Kacke, ey kämmt die? mh mh ich werd grad gut vom Bill, mach die Dinger auf ach so, ok hä, wo läuft die denn jetzt hin? die eine lief komplett vom Tor grad weg die eine lief komplett vom Tor grad weg also steht hier, glaub ich, vor der Tür ne, du bist das, hä? man, wieso krabbelt der da drüber? ach, meinst du so scheiße, David, ey fuck you ja, nehm ich ihn mal auf ich habe die Hedge gefunden ich habe die Hedge gefunden scheiße aber ihr geht nicht raus, wo seid ihr? da hinten im Tor ne, wo ist das Tor? ich mach gerade auf da wo du geschlagen worden bist ja toll ich bin aber auf der anderen seite jetzt da ist kein tor also hier ist offen die ist wohl am anderen tor jetzt gewesen ich weiß nicht du mich sehen kannst du hast keine bindung noch sie hat mich sie hat mich und lauf das war ein guter safe ja warum bleibst du nicht vor mir ich bin ja da hingegangen was soll ich sonst machen toll ich habe aber keine geliehene zeit warte ich lenkst du hoch lauf lauf ja komm danke hey ich hab dich sogar im endgame abgehangen fett mir gerade auf hast du das noch drin gehabt denn das ist die beste folge ever das war gut game sorry ach so deswegen hat die nicht geblinkt weil die nur blinken oder die macht sich ein scherz draus und geht da wirklich nur ohne blinken hinterher ich weiß ach das andere nee der eine der von viere der anderen sieben da und die waren genauso aufgestellt wie wir das ist krass ich bin gerade richtig happy nicht 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 nicht